Über sieben Türchen musst du gehen. Hallo, ihr Speedlearner da draußen. Heute geht es um die wichtige Frage, wie lange lernt man eigentlich, wenn man verschiedene Lernabschnitte hat? Und hier ist die Antwort ganz einfach, maximal 20 Minuten. Dein Gehirn ist so konstruiert, dass es nach 20 Minuten anfängt, Lernstoff wieder zu vergessen bzw. Lernstoff, den du bisher gelernt hast, mit neuem Lernstoff zu überschreiben. Deswegen mach 20 Minuten intensives Lerntraining, 20 Minuten Vollgas, dann leg eine Pause ein. In dieser Pause werden die Synapsen sich miteinander verknüpfen, denn die Synapsen, die Nervenzellen in deinem Gehirn müssen sich bilden, damit du den Lernstoff überhaupt abrufen kannst. Wenn die nicht gebildet sind, kannst du so viel lernen, wie du möchtest. Du hast dann zwar ganz viele Impulse in deinem Gehirn gesetzt, aber keine nachhaltige synaptische Verknüpfung hergestellt. Das passiert, wenn du nach diesen 20 Minuten eine kurze Pause einlegst. Ähnlich wie der Muskel, der beim Sport auch nicht wächst, sondern nur stimuliert wird und dann in der Ruhephase wächst. Wer also schnell und viel lernen muss, der muss viel Pausen einlegen. 20 Minuten das Nervensystem, das Gehirn stimulieren und nach diesen 20 Minuten eine kurze Pause, in der du kognitiv nichts Anspruchsvolles machst. Also zum Beispiel was essen oder ein bisschen spazieren gehen, dich im Bad fertig machen, Hausarbeiten, irgendwas, was kognitiv nicht so anspruchsvoll ist. Aber Finger weg vom Handy, keine E-Mails beantworten, keine WhatsApp-Nachrichten, keinen Social-Media-Input, sondern wirklich einen Moment durchatmen. Und wenn du das konsequent machst, wirst du feststellen, dass du deine Lerneffizienz signifikant steigerst. Probier es aus. Das war eine neue Folge der Podcast-Reihe Speed Learning, die Erfolgstechniken für dich und dein Leben. Und wenn du auch Teil der großen Speed Learning Community werden möchtest, dann gehe jetzt auf unsere Website speedlearning.school, registriere dich und werde Speed Learner.